Willkommen bei den Fluffballen! Diese Woche wieder mit Rocket League! Mit dem Michel, dem Oliver, und dem Patrick! Jawoll! Zeit für ein paar Rankers! Runter oder was? Zeit für ein paar Down Ranks! Ich weiß ja nicht wie es euch dabei geht, aber... Ich würde auch gerne gewinnen! Na! Was? Boah! Oder zumindest da bleiben, wo ich gerade bin! Im Goldniveau! Da kriege ich Goldene Reifen! Warum Goldene Reifen? Ja, wenn du Gold... Also wenn du... Bei verschiedenen Ligen bekommst du äh... Verschiedene Belohnungen! Mann! Dann sieht man zu, dass wir gewinnen und grad zurückkommen! Ich will doch gerade Lila Reifen! Ich will Goldene! 3 2 3 3 3 4 4 5 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 6 5 9 10 11 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 14 20 14 11 16 15 15 15 15 15 gekriegt hat das wäre schon fast dort gewesen er konnte den Ball und ich hätte nicht wegschießen können sie jetzt gerade oder was alter ich komme nichts klar hier nur weil du scheiße bist muss das nicht oooooh da steht da wieder einer oder was ich hoffe du kommst von den Goldniveau runter hast du dort verdient ich krieg keine boost ich hab schon wieder 12 oh gut geht doch ah kack aah fucking bullshit bullshit motherfucker Mist, das war zu schnell. No! Ach, Mann! Kriegt das Fliegen noch nicht hin. Kommt mit der Zeit. Musst du ein bisschen üben. Nein! Komm doch nicht dran. Dammit. Ich hab keinen Boost. Shit. Ey, wollst du mich verarschen? Wieso macht der Ball sowas? Weil die Jäger möchte. Hä? 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 Habe ich dich jetzt in den reingeschoben? Mann hier? Jupp. Nein! Ah! 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 du bist auch ich dachte dass wir ein Gegner der Panik ist nach vorne geschwitzt ohne Scheiß das war pure Panik so von wegen so von wegen oh shit die Gegner kommen die 2 2 das wäre schön gewesen Sorry. Der steht da auf einmal nur, nur, bumm. Mist. Ach, fuck, Troja. Ne, 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 ne. Gott, 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 Gott. So, ja, man sollte auch mal treffen. Nein! Da tritt der mich, der Pisser. Genau so. Shit. Gut. Oh, der Ball kommt, der kommt, der kommt. War keiner da. Das war so ne gute Vorlage und da war keiner da. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie, diga. Huch, shit, shit, shit. Fuck! Goddammit! Ahhh, ich hab einen Off-Druhr ja gemacht. in der Tat aber wie hart ach ich bin falsch an den Ball reingekommen das weiß ich wie Troja sich fühlen muss ahaha weil dann ist das so scheißig mir aber nicht ah Prospekt Elite oh fuck naja ich hab zwei Tore geschossen und du Troja im Grunde genommen hab ich jetzt sogar drei Tore geschossen Oli Diol ist recht wenn wir einfach nur so ein Team haben ne Oliver ist ja noch schlimmer als ich mich ne bin ich nicht kein Stück wenn du es machst dann schon du machst es doch auch wie soll ich dann schlimmer als du sein ich bin zwei fucking Eigentum schieß das hab ich bei dir aber schon schlimmer erlebt aber doch nicht in einem Spiel ich fall meine Scheiße auf ja aber dafür brauchst du die öfters ich hab das jetzt einmal gemacht vielen Dank gerne loi 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 was macht das jetzt das da wie du wir haben von ihnen macht irgendwie keiner was das sind die alle ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht der eine ist Afka ja hätte Troja jetzt aufgepasst hätte er jetzt auch ein Tor gekriegt ja der eine ist Afka läuft doch und die beiden Konsolenarschgang sind weg ja das erklärt auch warum können nicht gegen einen einzelnen verlieren Troja du bist Troja du bist gegen wen ja so viel passiert in dem Spiel es läuft immer nur das eine und dasselbe Tor hinterher höp derp ich such mir mal ein Spiel höp derp ich geh mal weg oder Mutti hat die Konsole gezogen Mutti kam rein was all der scheiß es geht doch mal raus zu seinen Freunden aber wir sind am Spiegel egal aus es regnet aber aus na ach man du der Crew sind spätig aus was ach ich bin halt raus Mist den hab ich nicht richtig erwischt den hab ich richtig erwischt der Troja steht wieder nicht richtig den hab ich komplett verkauft das hab ich gesehen da war ich dann doch nicht so hoch wie ich gedacht habe dass ich bin oh sorry Junge äh was da gerade passiert ich stand nicht im Weg den ersten Schuss hab ich's geblockt aber den zweiten von den Arsch da eigentlich ok wieder so ein Pech ey was gesehen so funktionieren Presspäle in der Mitte oh da rammt der mich da kann man nicht du Siren also wenn das kein schönes Ding war weiß ich auch nicht und das war kein schönes Ding das war verdammt schönes Ding hab den so schön weggeflatscht ich glaub ich hab Troja auch noch getreten äh ok gel weine 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 äh michael nice fuck äh olli ich weiß ich bin grad hier so ein bisschen kein boosten kein gar nichts am paniken wie sonst was also wie immer ja weil ich wieder keinen boost krieg ich ey geht doch ähm nein goddammit ich hasse es wenn meine Maustaste nicht richtig funktioniert äh fuck man wow ach der steht hinten naja da stand wieder einer schon immer boost ey ja jetzt steht bei denen auch einer im Tor nein ha 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 zu denen gesehen bin ich schön um den Ball rumgedribbelt äh geflogen geflogen oh 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 what ach ey krieg's nicht hin äh das ist ein bisschen trocken blöd witzig holl stopp ich wollte die ja wechseln ja wir sind im weg ... ... Mist! Dann können wir so gut fliegen wie heute. Ach, dieser Fixer! Ein Buch. Ähm... Hast du schon mal was für einen T-Play gehört, Troja? Das ist nicht alleine. Gehen wir jetzt rein? Nee, jetzt geht nicht. Jetzt stehen da wieder drei Leute. Ja, du hättest doch nur ranfahren müssen! Ging doch nicht! Den ersten, den wollte ich reinmachen. Das hat nicht funktioniert, weil du auf einmal wieder über die Seite kamst und mir den weggetreten hast. Mit Boost! Erst kam der Ball, dann kamst du! Glaubst du ja etwa, dass die sich jetzt noch Mühe geben? Du hättest aber mal einen machen können! Du, du, du! Das letzte Tor und das vorletzte hast du verkackt. Nö, ich hatte nach deinem ersten Ball, Klaus, schon wieder die Schnauze voll. Und hab aufgehört. Punkt. Das war's wieder bei den Flachpfeifen mit Rocket League. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Kommisschen bitte. ... ... ...